Es ist eine kurze Atemmeditation. Such dir für diese Meditation eine bequeme Sitzposition. Hilfreich ist es, eine Körperhaltung einzunehmen, die eine gewisse Würde ausstrahlt. Der Rücken ist aufgerichtet, die Schultern sinken nach hinten und unten. Das Kinn kann zu sanft zur Brust neigen, damit dein Nacken gerade ist, die Hände liegen locker im Schoß oder auf den Beinen. Finde eine Haltung, in der du aufrecht und bequem sitzen kannst, ohne dich zu sehr anzustrengen. Du kannst deine Augen schließen, wenn das angenehm für dich ist. Oder deinen Blick weich auf den Boden oder eine Wand richten. Das ist eine Zeit, die du mit dir selbst verbringst. Eine Zeit der Stille, die du dir selbst zum Geschenk machst. Versuche so wach und aufmerksam wie möglich zu sein. Wohlwollend und freundlich, ohne deine Erfahrung zu bewerten oder verändern zu wollen. Nimm wahr, wie sich dein Körper in dieser Haltung anfühlt. Spüre den Kontakt deiner Füße zum Boden. Spüre den Kontakt zum Sessel. Und wie deine Hände liegen. Erlaube dir mehr und mehr anzukommen. In deinem Körper. In diesem Moment. Wende nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Der in deinen Körper einströmt und ausströmt. Wo kannst du den Atem am lebendigsten spüren? Vielleicht in der Nase. Wo die Luft ein- und ausströmt. Oder vielleicht in deine Bauchdecke, die sich beim Einatmen sanft hebt und ausdehnt. und beim Ausatmen wieder etwas senkt und zusammenzieht. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Körperempfindung, die du am deutlichsten spürst. und folge hier der ganzen Länge des Einatmens und der ganzen Länge des Ausatmens. Vielleicht kannst du auch die Pausen zwischen den Atemzügen wahrnehmen. Einatmen und ausatmen. von Moment zu Moment. Einatmen und ausatmen. Wenn deine Aufmerksamkeit abschweift, dann bring sie einfach sanft und bestimmt wieder zurück zur Wahrnehmung deines Atems. Immer wieder. Der Geist schweift ab und du bringst ihn freundlich zurück. und zurück zurück. Betrachte das Abschweifen des Geistes als Gelegenheit, um dir selbst und all deinen Erfahrungen gegenüber eine geduldige und freundliche Haltung zu kultivieren. Wir versuchen alles anzunehmen, was in uns auftaucht. Wir versuchen alles anzunehmen, was in uns auftaucht. Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle, ohne sie zu bewerten und ohne auf sie zu reagieren. Wir sitzen mit einer offenen und wachen Haltung, einatmend und ausatmend und nehmen wahr, was von Moment zu Moment in unserem Geist und in unserem Körper geschieht. Wir beobachten es und kommen immer wieder sanft zum Atem zurück. Diesen Atemzug spüren. Dieser Augenblick. Dieser Atemzug. Der 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 Atemzug. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020